so vorerstes level eigentlich können wir auch kommen ich glaube einfach mal das verfahren den level spiel ich jetzt einfach mal komplett mit dem plasma gang durch hab keinen plan warum hab ich gerade Bock drauf ich merke gerade von den 70 die ich hatte wir brauchen leben ganz viel leben dankeschön wir müssen wieder 100 leben wir bleiben lieber bei der waffe hier die ist etwas kontrollierter ich denke ich sehe ihn scheiß ich denke ich sehe ihn scheiß ich bin ich bin ich bin Habe ich gerade einen Cyberdemon gehört? Ja, Cyberdemon. Ach du Kacke. Ah, ich habe die Dinger aufgenommen, brauche ich noch gar nicht, hoffentlich. Ach so, danke. Ach so, danke. Ach, wow. Alter Ach, ich glaube, wo ich hin muss Also, da können wir nicht lang Da geht's nur zurück Da hinten geht's auch nicht weiter Da hinten scheint, irgendwo lang zu gehen Okay, jetzt sind wir wieder hier Wir haben den gelben Schädel Ah Okay, das ist doch schon mal was Warst du das Ding schon weg? Digga, wie schnellst du das Ding ab? War verschwunden Das war ja gerade schon ein Witzchen, ne? Okay Oh, komm, jetzt Ich bin ja wieder hier Ach jetzt Oh Nee, komm, jetzt bin ich ja falsch abgekogen Hätte er da wirklich reingemassen, oder? Gut, dann, äh, wo da Geben wir mal noch ein bisschen weg Aha Einschalt Achso, wow Gut, jetzt haben wir den roten und den gelben Ja, rot ist direkt hier in ihm an Äh, hier kommen wir nicht weiter Hä, jetzt bin ich ja wieder hier Achso, hier geht's runter Aha Nee Achso, wie komm ich ja nicht auf dem Grundzweig Wo muss ich denn jetzt gelang? Achso 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ne, haben wir zwei Fehler aber noch. Na egal. Ne, so, dankeschön. Ja, in dem Sinne, SchäumeV.